Moin und herzlich willkommen zum Bildbesprechung Samstag 14.30 Uhr, FF-Fotoschule-Kanal, Bildbesprechung Samstagzeit, dein Community-Format. Und ich melde mich bei dir live, mehr oder weniger, hier aus Tieflis. Natürlich ist es nicht live, wenn du es siehst. Ich war im Sommer diesen Jahres hier im Kaukasus mit Reisegruppen unterwegs. Und wenn dich das interessiert, wenn du sagst, Mensch, die Region Kaukasus oder auch Vordermittelasien, das ist für mich relevant, dann schau doch super gern bei uns auf der Webseite vorbei auf fffotoschule.de. Ich habe dir da ein richtig schönes Programm für 2024 zusammengestellt. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir zwei vielleicht gemeinsam hier die Region fotografisch entdecken könnten. Mein Name ist Frank Fischer. Herzlich willkommen zum Bildbesprechung Samstag. Ich selber, ich bin Fototrainer, ich bin Inhaber bei der FF-Fotoschule und ich mache gemeinsam mit meinem Team Fotoworkshops, Fotoreisen, Live-Webinare und Fotokurse. Und ich freue mich, wie Bolle, dass du wieder eingeschaltet hast. Das ist einfach eine richtig coole Sache, dass hier nach wie vor so viele von euch dem Bildbesprechung Samstag folgen und sich die Videos hier anschauen. Und wie gesagt, ich befinde mich gerade in Tbilisi, in der georgischen Hauptstadt. Und die Reisegruppe reist morgen an, natürlich nicht morgen. Wenn du es siehst, das ist ja vollkommen klar, dann ist hier eine Aufzeichnung. Und ich freue mich auf eine gute Zeit in Georgien. Und ich komme im September auch nochmal wieder, wenn du sagst, Mensch, ich möchte ganz spontan noch mit auf eine Fotoreise nach Georgien. Dann ist vielleicht der Septembertermin 2023 für dich. Was ansonsten, wie gesagt, findest du auf unserer Webseite auch schon die Termine für 2024. Und jetzt freue ich mich gemeinsam mit dir auf die Bilder von heute. Heute starten wir mit einer Aufnahme von Bernd Elz, der unter einem Hochspannungsmast fotografiert hat und das Ganze zumindest mal formenmäßig schön symmetrisch hinbekommen hat. Lichtmäßig nicht. Das ist aber wahrscheinlich auch nahezu unmöglich. Also weil wir sehen ja schon, es scheint ein recht bedeckter Tag gewesen zu sein. Es ist natürlich zu einer Uhrzeit, die vielleicht nicht ganz ideal ist. Ich gucke hier gerade mal, das ist morgens fotografiert im August. Das heißt, das Licht steht trotzdem noch relativ schlach. Also gut, es ist 10 Uhr, aber nichtsdestotrotz, wir sehen ja ganz eindeutig, das Licht kommt von rechts. Denn die beiden Pfosten auf der linken Seite sind jeweils von innen heller als die auf der rechten Seite. Aber da hättest du ja auch wahrscheinlich mit ein bisschen, naja, mit ein bisschen Tiefen nach unten ziehen auf der Seite, das noch hinkriegen können, dass es lichtmäßig noch ein bisschen einheitlicher aussehen würde. Oder eben am Äquator mittags, wenn die Sonne ganz von oben kommt und sie nicht scheint. Das sind ja jetzt alles Umstände, die jetzt nicht so häufig vorkommen. Also Hochspannungsmassen direkt am Äquator, mittags bewölkter Himmel. Aber das wäre quasi eine der weiteren Lösungen dafür gewesen. Ich mag es trotzdem ganz gern. Ich finde dieses industrielle Gefache und konstruiere aus dieser Fachwerkarchitektur ganz fotogen in einem Foto. Und ich mag auch das quadratische Format in diesem Fall. Das passt natürlich sehr gut dazu. Von Alex Köhler haben wir dieses Foto eingesandt bekommen, auf dem ganz offensichtlich zwei 40-Fuß-Container sind. Und was mir als erstes auffällt, und da kann ich mich auch täuschen, deswegen versuche ich hier mal kurz eine Linie reinzuziehen, ist, dass das unten so ein bisschen aussieht, als würde das Bild ein bisschen durchhängen. Ich glaube, das ist auch so. Es ist nicht so massiv, wie ich zuerst dachte, aber doch. Das Bild ist da unten ziemlich verbogen. Und ich denke, das hängt einfach damit zusammen, dass die Objektivkorrektur seines Objektives nicht angeschaltet war oder ist. Oder du es hinterher nicht in Leitung korrigiert hast oder wie auch immer. Also das macht eine mächtig kissenförmige Verzeichnung unten. Und damit wahrscheinlich auch oben. Da sehen wir es noch nicht ganz so doll. Das Orange-Blau, das wisst ihr, das ist ja auch bei Nachtaufnahmen so, oder bei Blaustundeaufnahmen, das passt natürlich gut zusammen. Das hat hier einen tollen Farbkontrast. Diese beiden dort so ein bisschen eher verloren zu stehen scheinen, denn Container gefallen mir auch. Insgesamt kippt das Bild auch ein ganz kleines bisschen nach rechts runter. Die Container stehen ja auch nicht ganz gerade, also jedenfalls nicht gerade zum Bildrand. Das könnte man vielleicht auch noch nachträglich tun. Ja, ansonsten schönes Werbefoto für P&O, wenn die Container neu wären und ein bisschen frischer lackiert. Aber auch so ein ganz gut gelungenes, finde ich, Foto. Von Bernd Giershausen haben wir dieses Foto eingesandt bekommen. Von einer Grünspecht-Fütterung. Ja, das finde ich ganz beeindruckend. Also die Grünspechte besuchen unseren Garten auch regelmäßig. Aber ich habe noch nie eine Fütterung gesehen. Ich habe meistens einen Elternvogel gesehen, der dort auf der Suche nach Ameisen den Rasen umpflügt. Und das ist hier schon wahrscheinlich eine echt spezielle Situation, muss man sagen. Fragifiert ist es mit, für die, die es interessiert, 420 Millimeter Micro-Forceurts, also 840 Millimeter Kleinbild. Das ist schon ganz schön Brennweite. Natürlich ist es hier so, dass das Gras total, oder diese Wiese schon auch so ein bisschen störend ist, weil das natürlich irgendwie doch sehr viel Unruhe ins Bild bringt mit all dem, was da so los ist. Auf der anderen Seite, wer von euch hat überhaupt schon mal Grünspechte in der Natur gesehen? Damit starten wir mal. Und wer hat davon schon mal ein Foto gemacht? Und wer jetzt noch sagt, ja, das habe ich alles getan, der überlegt jetzt nochmal, ob er auch schon mal einen Füttern in den Grünspecht gefotografiert hat oder gesehen hat. Und dann wird ihm auffallen, dass seine Bedingungen auch nicht viel besser waren, weil ich glaube, dass der Bernd hier ja schon fast am Boden liegt, also nicht ganz. Das ist schon ein bisschen von oben fotografiert, aber nicht so richtig dolle. Und ja, eindrucksvolles Bild, muss ich sagen, für heimische Vögel. Gut gemacht. Von Hendrik Penschuk haben wir dieses Bild eingesandt bekommen, was von einem Modell fotografiert wurde, weil das nehme ich hier dem Bildtitel. Und zwar sehen wir Katja. Ja, Hendrik, was mir auffällt ist, also das, was du da getan hast, ist ja ein Großteil Absicht. Also das Licht im Hintergrund mit dieser Jalousie, das ist ja Absicht. Und dieses Jalousienlicht, das ist ja auch nichts, was hinten auf dem Hintergrund eine Jalousie ist, sondern es ist ganz offensichtlich eine Lampe, die von vorne Jalousie-artiges Licht in das Setup wirft. Denn wir sehen die Jalousie-Struktur hier auch auf ihrem Arm. Und damit geht es los. Das ist vielleicht keine gute Stelle für diese Jalousie-Struktur, denn wir haben da die Kreuzung aus der senkrechten Jalousie-Quasi-Kordel und den Jalousie-Lamellen, die auf den Arm produziert wird. Dadurch ist so ein kreuzarmiges Mussel, so ein bisschen wie bei einer Kreuzotter auf dem Arm, das ist nicht ganz so ideal. Aber vor allem ist das Licht unten gar nicht gut. Also dieser Abfall des Lichtes unten, direkt auf ihren Handknochen, auf den Knöcheln, zu ihren Fingern, das ist richtig schlecht sogar. Weil das wirkt halt da einfach optisch abgeschnitten. Das hätte ich einfach viel enger beschnitten. Also ich weiß überhaupt nicht, warum der untere Teil drauf ist. Also was hat der mit dem Bild zu tun? Versuch mal ein Quadrat daraus zu schneiden. Und zwar ein Quadrat, wo du das Bild nach rechts ein bisschen mehr öffnest als nach links. Also sprich, du hast den Abschluss der Jalousie, da wo das Dunkel anfängt. Also rechts nimmst du den Bildrand quasi, deinen originalen Bildrand. Und dann schneidest du etwa auf der Mitte des Armes, also zwischen Ellbogen und Handgelenk. Und auf der linken Seite bist du ein bisschen enger an dir dran, sodass nur ein Teil des Schattens zu sehen ist. Also nicht bis genau zum Kopf, also bis zur höchsten Stelle des Schattens, sondern ein bisschen weiter noch nach rechts. Dann wird das Foto um so vieles besser, ja, um so vieles besser. Und es spricht nichts gegen Negative Space und dunkle Flächen. Aber die auf der linken Seite, die bringen ja nichts für das Foto. Also die haben mit dem Bild gar nichts zu tun. Und das würde ich hier zum Quadrat schneiden. Und das Foto wird ein richtig gutes Foto. So ist es okay, sagen wir mal. Von Joachim Krekel kommt diese Einsendung einer Blüte mit einem kleinen Insekt, wahrscheinlich einer Bloodloss oder irgendwas drauf. Ja, Joachim. Was mir natürlich als erstes auffällt, ist, dass die Schärfe nicht so ideal sitzt. Also sie sitzt halt einfach ein Stückchen zu weit hinten, nicht ganz vorne auf den Blüten, sondern auf den hinteren Blüten. Das kann man natürlich sagen, ja, Frank, aber das ist ja auch das Wichtigste. Ja, aber dann müsste sie sich nach vorne weiter ausdehnen. Ja, also wenn sie jetzt bis nach vorne verlaufen würde, wäre das für die Blüte einfach schöner. Und im Hintergrund ist natürlich sehr viel los. Also dieses grüne Blattwerk, was da kreuz und quer hin und her geht, zusammen mit irgendwelchen Verästelungen und allem Möglichen, das ist jetzt wirklich alles andere als ideal. Das ist wirklich suboptimal und bricht das Foto eben ganz, ganz ungünstig auf. Auch, dass die Blüte so, naja, so Schadstellen, könnte man sagen, hat. Also so vertrocknete Bereiche und sowas. Das ist in der Natur alles so, aber es ist halt dann einfach kein richtig gutes Blütenfoto. Ja, das muss ich leider so sagen. Von Jörn Bellersen stammt dieses Foto von irgendwo. Ganz offensichtlich zur Weihnachtszeit fotografiert. Und ja, das ist halt in der dunklen Nacht fotografiert, also zur Weihnachtszeit um 22.20. Also da war es sicherlich sehr, sehr dunkel. Das Bild rauscht auch ganz schön heftig, muss man sagen. So, aber es hat mir persönlich viel zu viel Kontrast. Also der Bildschnitt ist jetzt nicht meiner. Das ganzen unteren Bereich mit der Spiegelung dieser gelben vor dem Blau, brauche ich alles nicht. Das alles trägt zum Foto sehr wenig bei. Ja, ein ganz kleiner Teil der Spiegelung vielleicht, aber der Rest, der da rein spiegelt, den braucht niemand. Und nach oben fehlt mir einfach, was sehe ich da eigentlich? Also wieso geht es da oben nicht weiter? Was stehen da für Häuser? Sind die noch anders beleuchtet? Haben die irgendeinen Abschluss? Oder was ist das blau überhaupt? Und so weiter und so weiter. Das ist halt ein sehr verwirrendes Foto, finde ich. Und auch leider kein so richtig gut fotografiertes. Ja, selbst wenn man das jetzt über eine Langzeitbelichtung geregelt hätte, also man hätte gesagt, ich belichte das einfach länger, sodass das Wasser ein bisschen weicher wird, dann wird die Spiegelung auch nichts fürs Foto bringen. Aber das ganze Foto würde ein bisschen wie in der Fotografiererei aussehen und nicht so als ich bin vorbeigelaufen, habe mein Telefon aus der Hosentasche genommen, mal schnell in die Richtung gehalten und dann musste ich auch weiter, weil ich Termine hatte. Dann haben wir hier von Jürgen Blösel eine Aufnahme. Die kommt aus Osaka. Und zwar irgendein Sky Building lese ich hier. Ist natürlich architektonisch erstmal richtig geil. Ja, also der Architekt, der das gebaut hat mit diesen Wellen, der, ja, der hatte Spaß an Formen und das kommt auf diesem Foto gut rüber. Das Foto ist auch sehr schön minimalistisch und im Gegensatz zu dem vom Alex mit den beiden Containern ist das Format auch noch ein bisschen gefälliger. Also dieses längliche Format ist, glaube ich, noch ein bisschen länglicher als das vorhin. Das unterstützt das Ganze nochmal ganz gut, finde ich. Ja, also ich mag das, dass es so schmal ist und die Menschen geben dem Ganzen ein bisschen mehr Leben noch mit auf den Weg. Das ist hier auch durchaus hilfreich. So, ja, das ist ein spannendes Bild. Das sieht mir so ein bisschen aus, als könnte es auch ein Flughafen oder sowas sein. Also ein Flughafenzubringer oder so für Passagiere. Interessant. Auf jeden Fall interessant. Von Axel Knirsch stammt diese Einsendung. Ich sehe im Bildtitel, dass er ein Ferienapartment fotografiert hat. Und er schreibt dazu Versuch. Axel, ich finde, das ist gut gelungen. Ich finde, das ganze Bild strahlt neben der Funktionalität und der Nüchternheit trotzdem sehr viel Wärme aus aufgrund des Lichtes, aber auch so ein bisschen aufgrund dessen, wie du es fotografiert hast. Also hier rechts an den Fernseher sehr dicht rangehen und damit diese Naturholzmöbelfront in den Vordergrund nehmen. Auf der rechten Seite ist sicher hilfreich gewesen. Die Steckdose und der Lichtschalter sind so ein bisschen Störer auf der Wand. Da hätte man vielleicht auch, wenn man da der Vermieter ist, das noch ein bisschen schöner lösen können, meiner Meinung nach. Aber es ist halt jetzt, wie es ist. Also wenn das jetzt 90 Grad um die Ecke auf der roten Wand gewesen wäre, so wie es auch hinten an der Tür ist, die wahrscheinlich zum Bad führt, dann wäre das sicherlich auch gut gewesen und funktional. So, aber wie gesagt, ich mag auch den Bodenbelag. Ich finde, der, der es eingerichtet hat, hat den Geschmack. Recht weitweg nicht fotografiert, um das überhaupt so rauszuarbeiten. Das ist klar. Lass mich kurz gucken. Wir haben hier 14 mm. Recht weitweg nicht fotografiert, aber es ist noch gut fotografiert. Es sieht wirklich einladend und gut aus. Finde ich eine gute, gute Interieuraufnahme. Von Luca Rulf stammt diese Einsendung einer Blüte. Und wenn wir jetzt mal an die von Joachim zurückdenken, dann ist das hier einfach das bessere Blütenfoto. Weil da ist auch viel Grünzeug, was stören könnte, im Hintergrund unterwegs. Aber, jetzt komme ich. Das hast du halt sehr schön ausgeblendet über diese Abdunklung. Und ob das jetzt natürlich mit dem Licht so gewesen ist oder nicht, oder weißt du ja gar nicht was. Ach, das spielt doch am Ende überhaupt keine Geige. Ja, ähm. Ich finde das einfach gut gelöst, um sich auf die Blüte zu konzentrieren. Das mag ich. Und rechts unterhalb der Blüte ist ja noch so ein kleines bisschen auch, ähm, äh, so ein Lichtschein auf den Hintergrund. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr mit dem Abdunkeln gegen anarbeiten können. Ähm, es ist auch kein Spitzenklasse-Blütenfoto, aber es ist ein gutes Blütenfoto. Und, äh, das letzte für heute ist von Markus Müller. Der hat im Karwendel-Gebiet, ist der gewandert. Und, äh, hat uns dann dieses Foto, was er dort gemacht hat, mitgebracht. Was an diesem Foto gut ist, starten wir damit, ist, dass man sehen kann, dass man Landschaftsaufnahmen auch machen kann, wo der Hintergrund nicht zwingend gestochen scharf sein muss. Also die Schärfentiefe muss nicht immer von ganz vorne bis zum Horizont gehen. Aber, worum handelt es sich hier? Soll es eine Weidezaunknoten-Fotografie sein? Dann geh dichter ran an den Weidezaunknoten, den da jemand zusammengefrickelt hat. Soll es eine Landschaftsaufnahme sein? Dann geh mit der Kamera hinter den Weidezaun, weil der das Bild natürlich in diverse Scheiben zerschneidet, die hier auch nicht gut sind. Ja, sie sehen, die bringen jetzt das Bild nicht nach vorne, sondern im Gegenteil, die stören das Bild hier eher. Ja, also das ist die Frage, was ist das? Und so ist es halt nicht Fisch, nicht Fleisch. Es ist für mich eben kein Alpenpanorama und keine Alpenaufnahme. Und wenn hier im Vordergrund was anderes stehen würde, nicht dieser Zaun mit diesen diversen Unterbrechungen, sondern keine Ahnung, eine Pflanze, eine Sonnenblume, was Einzelnes. Ja, von mir aus jemand mit einer gelben Jacke. Ja, dann wäre das auch in Ordnung mit dem Panorama nach hinten und der Unschärfe im Hintergrund. Aber so ist im Vordergrund eben etwas, was ich nicht als mein Motiv bezeichnen würde. Besonders nicht, wenn im Hintergrund das zu sehen ist, was ich da sehe. Sprich, auf das eine konzentrieren. Entweder eine Nahaufnahme machen von diesem Knotenzeug und dann sagen, gut, das mache ich jetzt vor dem blauen Himmel oder vor der grünen Wiese oder eben bei so einem Übergang davon. Viel dichter ran und nicht mit 24 Millimeter Kleinbild. Oder aber ich mache ein Alpenfoto, dann suche ich mir einen schönen Vordergrund und auf gar keinen Fall diesen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Vielen lieben Dank, dass du dem Bildbesprechungsamstag so die Treue hältst und dass du hier mit am Start bist und dass du diese Videos teilst, dass du sie likest, dass du mir in die Kommentare schreibst, welches Video dir am besten gefallen hat. Woche, Woche für Woche und das ist wirklich richtig, richtig toll. Und ich freue mich, Teil dieser Community zu sein. Vollkommen klar. Wenn du irgendeine Meinung hast, irgendein Anliegen, irgendwas wissen möchtest, schreib es gern in die Kommentare. Wenn du Ergänzungen hast, dann auch gern. Und ja, und lass uns gemeinsam die Fotografie leben. Und ich wünsche dir ein richtig tolles Wochenende, eine richtig gute Zeit. Wenn du die Möglichkeit hast, geh raus fotografieren und dann immer schöner denken. Wir zwei, wir sehen uns spätestens am Mittwoch. Und ansonsten, wenn du magst, am nächsten Samstag hier auf dem Kanal wieder.